Ja, Kuba spielt das gut. Frech, Kisi auf der Rubenick. Der mit dem Schuss. Ui, ui. Und jetzt ist es passiert. Jetzt ist 0-1 Tatsache. Ja, das ist ein blödes Goal für Winterthur. Die Scheiben liegen unter dem... Immer wieder ist ein cooler Spieler. Mit Backführenden. Jetzt Dukhus mit der Entscheidung. Dukhus mit dem zweiten Goal. Und ich würde sagen, damit auch wohl der beste Spieler.